Hier ist Gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Unser Thema heute, wie schmeckt eigentlich frischer Birkensaft? Wir haben hier gestern vor 24 Stunden angezapft, haben etwa 5 cm rein ins Xylem gebohrt, so ein bisschen nach oben, sodass das Wasser aufgefangen wird. Das Xylem ist die äußere Holzschicht, in der das Wasser von unten nach oben transportiert wird und wo jetzt die frei werdenden Reservestoffe, Stärke, die in Zucker umgewandelt wird, von unten nach oben fließen. Und davon wollen wir ein kleines bisschen für uns abhaben. Unterdessen funktioniert es nicht mehr sauber. Wir werden nachher die Wunde hier verschließen, sodass die Pflanze sich dann wieder erholen kann. Man muss nicht zu viel Angst haben. So eine Pflanze produziert so eine riesige Menge, transportiert so eine riesige Menge von Wasser, dass die ein, zwei Liter, die wir da wegnehmen, der Pflanze rein gar nichts machen. Die würde es erst spüren, wenn wir an fünf oder zehn verschiedenen Orten sie anbohren würden. So, das ist das Wasser, das wir gesammelt haben. Man muss da so ein bisschen kreativ sein. Das ist Läs hier, die hat das da eingerichtet. Und ich degustiere jetzt. Das ist wirklich lecker. Also ganz deutlich spürt man den Zucker. Den Birkenzucker, der jetzt vom Frühlingswasser sozusagen, das von unten nach oben fließt, freigemacht worden ist, Stärke der Reservestoff ist in Zucker umgewandelt worden. Und den spürt man jetzt. Eine grüne, frische Frühlingskomponente kommt dazu. Etwas Grünliches, das man spürt. Und ein ganz rundes, erfrischendes Aroma. Dann auch die Kühle des Baumes sozusagen, die in diesem Wasser schlummert. Und hoffentlich mir jetzt die Kraft gibt, noch ein paar mehr Löcher zu bohren, damit wir noch mehr Birkenwasser gewinnen können. Schmeckt also sehr gut. Schmeckt sehr viel besser als den Birkensaf, den wir vor ein paar Monaten im Herbst mal degustiert haben. Den Läs hier, glaube ich, aus der Ukraine mitgebracht hat. Der war auch gut, auch süßlich. Aber der hat noch so ein bisschen Nebenarome, vielleicht weil er haltbar gemacht worden war. Und dieser hier ist wirklich fantastisch. Also ich würde keine Caipirinha dagegen tauschen. Das ist eindeutig vitalisierender und erfrischender. Mindestens für diese Tageszeit. Also probieren Sie es aus, wenn Sie so eine große Birke haben. 40, 50 cm Durchmesser sollte Sie haben. Bohren Sie 5 cm rein. Ein bisschen nach oben, wie wir es hier gemacht haben. Und basteln Sie ein Gefäß drunter an. Und dann können Sie 1, 2, 3 Liter des köstlichen Birkensaftes für sich und Ihre Familie sammeln. Hm, wie geht es weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht es zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier, hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht es weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.